Uuuu Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge HERO Hiiii Kann ich schlagen? Ah jetzt, gut Oh, ich hab nicht mehr so viel Leben Ähm, ich kann dir noch gerne Leder geben Will deinen Rucksack Oh, danke, aber ich brauch Strings Oh, kann ich dir jetzt grad nicht geben? Ja, dann kannst du auch aus meinem Haus raus gehen Verpissen Dann weißt du, wo der Ausgang ist Ich borg mir hier ein bisschen das Essen So, mal gucken Auf was ich hier entscheiden kann Ich hab nur 5 kann ich entscheiden Auf das Schwert Aber ich möchte erstmal repairen, wie teuer ist das denn? Ich hab gelesen, ich wurde richtig hart zugespampt Du darfst erst, oder du kannst erst Repairen, wenn du es verzaubert hast So, Achtung Also ich enchant jetzt auf Warte, ich gucke Enchant Ich hab jetzt mein Ender Giant Sword Ist jetzt Sharpness 5 Jetzt drücke ich repair Achtung Repair kost 3 Level? LOL So wenig? Echt? Ernsthaft? Krass Ich hab jetzt ein Ender Giant Sword Scharpness 5 Du bist wahrscheinlich One-Hit Ja Geil Also ein bisschen Schon krass, oder nicht? Dann komm ich noch die hier gleich verzaubert Hey, ist Ender Giant Sword oder Diamond Giant Sword besser? Sind gleich angeblich Also ich finde Ender Giant Sword sieht geiler aus Auf jeden Fall Doch Natürlich So, dann komm ich jetzt hier noch Anbrechen das mal Anbrechen das mal Anbrechen das mal Weicht bei mir nicht So, ich hab Wenn ich hier Warte, Schattens 5 Vielleicht ja noch drauf machen Und dann Unbreaking Ach, da Da Jeder bräuchte dann zu viele Bücher Dann mach ich Schattens 5 Hä? Ich glaub ich hab kein Level verloren Dann feierst du mit eins Ich glaub das von verpackt, Tim Ups, ey Oh, da hab ich der Level verloren Ich hab welch verloren Echt dann Schau, ich glaub ich auch Wollte, ja ich hatte vorher 14 Darf ich dich mal hitten? Nein, mich erstmal nicht Weil ich hab ganz, ganz wenig Leben Echt Ja Ja, ja, sieben Herzen weg, ja Okay Nein, du bist so ein Bob Ja, du bist echt dumm Ich bin jetzt tot Und ich Du hast so verdammtes Glück Ich hatte ein halbes Herz Ich wusste, ich wusste, dass das nur Facebook 1 ist Alter, du bist Boah Alter Ich seh das als ein geplantes Meisterwerk an Jo Alter Ich bin jetzt tot Nimm mal einen Wassereimer mit Wo leben wir eigentlich? Hallo, ich muss gerade hier irgendwelche Bücher bringen Da nehme ich nicht noch einen Wassereimer mit? Doch, du weißt ja nie, was passieren kann so Wenn du bei mir hin, äh, die Tür reinkommst Und mir dann, äh, nur Leder gibst und keine Strings Alter Du bist es schon selber schuld, wenn sowas passiert Also, sieh das als Vorwarnung an Gucken wir mal Tannels Haus an Vorwarnung? Ja, als Vorwarnung Spoiler, aber nicht so viel Warum, ehrlich? Ja, stimmt, der lebt es eigentlich auch täglich hoch Ich hab nix gesehen Ich hab's mir gestern auch schon von außen angeschaut Sieht ganz cool aus So, ähm, was wollen wir tun? Ja, ich will noch ein bisschen an meinem Haus weiterbauen Haus An meinem Hausboot Ne, also ich benutze es jetzt erstmal so als Lagerstätte Achso, jetzt kann ich Repairn? Ja, wenn du es verzaubert hast Ah, neun, okay Nein, ich hab mein Giant Sword einmal gehittet Eigentlich wollte ich die angehittet lassen Jetzt ist es vielleicht ganz, ganz, ganz Gut, dann geh ich mal ein paar Mops klatschen Wir essen mit Hast du jetzt was hast du verdaubert? Dein Diamant Giant Sword, oder? Ja Schafnuss für nur, und? Weil es wird ganz Digibow Enderfüll Oh, kratzer ab Darkness Arrows So, naja, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass man keine Treppen hochgehen kann Dann ist ganz okay Äh, keine Leitern Leitern So, wo ist das denn nochmal? Ich weiß auch nicht, ob ich Leitern klettern kann, weil ich hab ja Ja, stimmt, diese Enderfüllung trotzdem drin Genau Das wäre los, wenn du nicht könntest Ich bin jetzt wieder raus Nee, nee Oh, das ist aber richtig nervig, einfach muss man schon zu wem Ich hab mal den Schäler raus und dann guck aufs geht Nö Okay So, euch, wir sind so weit, wo noch, wo noch was ist Weißer Koppelbaum Gestanschen Gestanschen Oh, hier komm ich nicht weiter Oh, hier komm ich nicht weiter Und hier noch mal ein Boot Faket durch Holz in den Ozean geworfen Ich hatte ein halbes Herz, der Mann Ja, ich sag ja Nein, du sagst Oh nein Du hättest es eh verdient mal zu sterben Warum? Weil du die ganze Zeit mit einem halben Herz rumläufst Bla 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 Weil wir Zombies sind ja nicht Nö, 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 am Stigi lau ich vorbei Und das lustige war einfach dieser Ausdruck Guck mal Ähm, ich merke das ja gar nicht, gell? Und war dann in meinem Haus sozusagen Dann kommt so ein Zombie vorbei, der den Villager töten möchte Dann rennt er raus mit dem, kommt zurück der Zombie Natürlich ein Zombie und noch den Villager, der ja eigentlich mein Leben gerettet hat Hier ist irgendwas ins Wasser gefallen Vom Mond Echt? Ja, Meteoroid oder so Nee Keine Ahnung Kann ja gut sein Oder wo? Ich kann das abholen Ey, war das das? Ja, ich guck mal Blüht es oder so? Nö Das sieht mir halt nicht so weit an So, ich mach jetzt hier einfach noch so bisschen von denen Doch, ich schieb mit Not of this word Ja, stimmt, kenn ich Ähm, du kannst hier raus eine recht coole Rüstung, glaub ich, machen Okay So, so 1, 2, 1, 4, brauche ich Hm Ein Star Piece, ich könnte dann auch meinen Ah, die Stimme sind gar keine Star Piece, es sind Meteorite Pieces oder sowas Freezerite Crystal Ja, genau, sag ich ja Ich glaub das war nur nur zwei hier Oder? Nee, das auch Nein, ich glaub ich hab echt kein, ähm, Level abgezogen bekommen Schon wieder Darf ich sehen? Ich schon meine, dass das auch ein Stern Nee, bei mir Genau bei mir Okay Da ich guck mal, vielleicht geh ich noch zurück Und wohl die Dinger Weil ich so unter Wasser ist doch, wenn ich so Aber lohnt sich glaub ich dann Da, Pies Ich muss mir irgendwas überlegen, wegen den Leitern Ich muss mir irgendwas überlegen, wegen den Leitern Weil in meinem Boot sind überall so Leitern Mach weins hin? Geht glaub ich auch nicht Geht glaub ich auch nicht Doch, doch So genau Weiß nicht Weiß nicht Hast du denn noch über... Also wieder keine Folgen Ganz oben sind OP-Äpfel Kann ich auch ein Schill zu denen suchen? Na geht nicht Was hab ich denn noch? Rüstungsteile Was hab ich denn noch? Rüstungsteile Ja, hier So Ja, mehr eigentlich nicht Dann machen wir was anderes So Oder weiß ich nicht, wie es geht wirklich Ja, so schon mal nicht Was hast du denn? Ja, ich tue grad so ein bisschen so Ja, nicht in eine Richtung Sondern einfach so mein Stuff lagern Und auf meinem Boot halt So Ah ja, so Jetzt wird vielleicht was ich hier rein drücken Wird Stuhl Jetzt mach ich einfach Hier hinten hin Ah, ok Und ich hab gar nicht in die Kiste geguckt glaub ich In der zweiten Etage Weil die Kiste noch nicht so war Aber trotzdem Oh Oh Das ist noch nicht drin Pfeiler, ja, ok Ach, stimmt nur mit einem geilen Bogen Hä? Das kann ich so gut Hä? Toolback Äh, Toolback Nein, da kann man nicht nur ein Werkzeug reinmachen, oder was? War ich schon Oh, man Oh, hier geht ab Dann steht den gar nicht so cool Ich dachte es wär geil, ne? Egal Oh, verdammt Mal, die benutzen So, so Kann ich hier, äh Die Dinger, äh Äh, den Spiegel irgendwie benutzen Ähm, kann zu probieren Könnte echt gehen Weiß ich aber nicht Aber ich weiß nicht, weil... Rechtsklicken Einfach rechtsklicken gedrückt halten Und dann? Dann kommt so ein Ton Und dann wirst du gleich zurückgeportet Wohin denn? Dort An dem Punkt, an dem du das letzte Mal den Himmel über dir hattest Sozusagen ohne... Ich glaub, das Spiel guckt einfach, ob du halt irgendeinen Block über dir hast Oder halt nur der Himmel Und dann wirst du es geported sozusagen Ja, passiert was Ja, ok, dann mach mal Und du wirst ja nicht zur Not eh nicht sehr weit weggeportet Ja, ja, ich wurde nach unten geportiert Ja, cool Wenn ich mich wieder hochlaufen Ha! Äh, endlich So doof mit den Leitern Wolle jetzt kann mein Mast hochklettern Um die Wolle schon mal wegzumachen und so Aber was passiert, ich kann nicht hochklettern Aber die Wolle braucht auf jeden Fall Aber die Wolle braucht auf jeden Fall Welche beibringen, das geht Bitte Sanfam und Elf Wenn ich auf das reiht So 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 Chanten Button Leifessenz Ist es gut? Ähm, damit können wir uns, glaube ich Einen Heil Heilsauberstab machen Ja Also hört sich ganz geil an, ne? So So Ist das ruhig nicht Fünfstil Vielleicht Gehen, ähm Ich geh mal wieder nach unten mit den Verkursachen weg Gehen Scheren nicht kaputt, wenn ich wolle abbaue Nee, gell Wolle Ja So 1,5,2 glaube ich nämlich nicht Und hier ist nämlich auch nicht so Oder es dauert auch nur so lang Nee, aber Geht einfach nicht kaputt, glaube ich So So Ich glaube das ist doch Pfeile Untergefallen, nice Okay Und dann kann ich noch gleich noch weiter Ich hab ziemlich viel Stringset Ich hab' Dich Kommwolle Oh, Jo Schon wieder runtergefallen Richtig 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 Dumm Okay Nee, war echt gut gewesen So Das brauch ich nicht ich muss das mikro direkt vor mich stellen natürlich auch hört lagst du gerade auf dem stuhl nein aber ich habe halt mein bildschirm mit dem ich aufnehme links orts für bücher egal und deswegen sprich ja mal links oder mikrosik noch von mir oder kürzer fallen lassen und jeder durch oder ist mit jordings leder können aber verzauberte leder sein und so kann auch ganz gut sein aber ich habe die russ für wirtschaften zwei sind so gut so denkt auch der wäscher bester nicht mal aber ich habe auch die aus der kiste worte grenad das ist nur drin der bocke alles für euch ich mache gleich noch was einmal schon mal 13 minuten wieder das alter entliert sind da drin echt häufig habe ich auch einfach so 30 jetzt noch im Inventar einfach so und ich weiß nicht mehr wirklich woher bei der gerät und was machen denn die Grenades man probieren also passen gut kann ich so ich weiß nicht was ich von den halten soll dort die Brenner halt die Leute ich bin er wird jetzt aber dann löscht ich die wieder mit Feuer boah ich habe nur sie so kaputt kaputt oh gott verdammt das war schon der Boss echt bist du schon ganz oben ja oh gott muss aber abhauen geht bitte nach ganz oben versuch den Lug nach oben und ich will er wieder zum eigentlich was ist gezogen hast du es mit ob ein wecker juli wo ich denn nur halb für den drüben aufstehen hier hätte er sein kann hallo weiß man nicht ins bett bin keine ahnung ich auch nicht mehr machen mehr also schon spät ich war bis der hochkoll unter kommt dann wollte ich mich hoch du bist nicht mit dem spiegel machen also bei dem spiegel wird auch zu bockhaft wenn wir schon beim letzten mal gemacht hoch porten und dann blöcke setzen im mitbruch nicht hoch porten ja langweilig im spiegel der bockhaft der spiegel portier und nein der tut ich an die stelle portland in das letzte mal umgekehrt um eben einfach mal hier schon mal weg nicht nur mal die die kiste gibt es noch also keine äpfel ich ja stelle ist schon ganz weil ich finde auch es gibt einfach kein schönes text ja bist du nicht ganz oben hat so ohne eine lillipat auf für die erde sind vor komisch weiß nicht was sie können so funkelnde lillipat keine ahnung können versuchen abzuschießen ich krieg der mit wenn ich den abschießen wo vor ich gehe und viel damit oder nicht so die jürgen gottliches werfen ein herz echt aber außer reichweite also ich könnte die ganze generieren generieren und dann die abschießen wo ich ich sehe nicht so nicht nur noch weg machen wollen mein boot hat kein ding mehr kein so wolle mehr weil ich alle weggemacht alles weggemacht und ich glaube ich werde das nächste boot in die richtung zeigen ich werde es dann circa hier hin bauen so hier standen die mitte also in die richtung dass ich halt vom boot aus doch die stadt sehen kann ich möchte nicht zu weit weg sein wenn ich voll was sie einmal sein es wird so ein gutes mittel den marken schaum mal über das verpärzen nun m der f ist auch so verpackt irgendwie die mutter noch das hat 50 für die doch kommen was so wird man hier rein und wird und ich relativ viel damit machen und ich muss es mal herankommen ich kann mich in den Porten oder es zu gefährlich so blatt ich hier oder verkürzen er verliebt für die nächste Woche schießen kann es sein keine Ahnung wenn wir nicht aus also die wenn es normaler gut werden dann in den Bettel Tau Prozent Nein in den Berndern aus dem Haus wir haben was sagt weniger Exhaust ich habe es in ganz normalen training das ist ein namen sehen aber alter also ich verstehe ich wollte mich gleich an die dran dann schlage ich den problem ich sterbe dabei zwei minuten dritte folge wohin schießt so kann ich auch kommen wenn du möchtest ich gucke mal vielleicht sterbe ich ja vielleicht nicht egal ich gehe auf eine ran weil so lange ich rechts und links von ihm was ich glaube ich bin auf jeden fall mit ein sort also es wurde mir empfohlen das ist richtig gut sein soll aber auch zu spüren ich möchte dürfen sie engreifen er hat ein Leben verloren ein einziges Jahr Lohol wir wollen wir nichts wollen wir das zusammen machen alle kommen ja neue Folge aber auf jeden Fall da bist du es einfach also das was dieser auch wenn es sich gefallen und wir sind bis dann tschüss tschüss